Hallo Tierarzt, Praxis, Tierwohl, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich brauche unbedingt einen Termin für morgen. Alles klar, um welches Tier handelt es sich denn? Es handelt sich um ein Schwein. Um ein Schwein? Ja genau, ein Schwein. Okay, wie können wir denn helfen? Ich möchte das Schwein kastrieren lassen. Sie wollen ihr Schwein kastrieren lassen? Ja genau. Alles klar, ich habe sie für morgen um 11 Uhr eingetragen. Super, bis morgen. Peter, jetzt kommt die mit dem Schwein. Ich bin voll gespannt, ich habe noch nie einen Schwein behandelt. Hallo, ich habe um 11 Uhr einen Termin. Ah, guten Tag, wo ist denn das Schweinchen? Ja, ich hole ihn sofort. Norbert! Was ist Silke? Der wird heute kastriert.